Herzlich willkommen zu «Anlegen mit Weitblick» im August. Heute darf ich nach den Sommerferien wieder unseren Chief Investment Officer Philipp Merkt bei mir am Tisch begrüssen. Wir wollen uns heute zuerst zu einer Frage rund um Zins- und Konjunkturentwicklungen. Euch ist ja in letzter Zeit vielleicht aufgefallen oder ihr habt euch sogar darüber gewundert, dass die langfristigen Zinsen im Gegensatz zu den kurzfristigen wieder leicht gesunken sind. Philipp, warum ist das so? Auf der einblendenden Grafik sehen wir, auf der grünen Linie ist die Schweizer Bundesobligation. Wir sehen, dass Ende Juni ein Höhepunkt mit etwa 1,5% erreicht war und es seither sehr stark wieder ist zurückgegangen auf 0,5%. Also die Beobachtung kann ich stützen. Das ist aus zweien Gründen. Die Beobachtung ist eine technische Korrektur, die hier basiert ist. Man wird überschossen und jetzt ist es auch wieder zurückgegangen. Das Zweite ist vielleicht wichtiger. Man geht von weniger starker Konjunktur aus. Man geht von der Zeltwirtschaft und weniger gut wird performen. Das bedeutet auch, dass nicht mehr so ein Zinsschritt nötig ist. Die Konjunktur wird ihren Beitrag leisten, um die Inflation zurückzubringen. Und das sieht man mit den Zinsen. Jetzt wenden wir uns noch den Preisentwicklungen der Immobilien und der Immobilienanlagen zu. Wir haben in diesem Zusammenhang eine Frage bekommen von unserem Zuschauer Thomas aus dem Kanton Soleturn, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Und zwar, er ist seit Längerem auf der Suche nach einer Immobilie und er hat jetzt den Eindruck, dass die Preise nach wie vor steigen, obwohl auch Zinsen gestiegen sind. Was antwortest du ihm? Ja, die Beobachtung machen wir auch. Das hat mit Preis und Nachfrage zu tun. Die Nachfrage nach Immobilien ist immer noch hoch. Zinsen sind auch nicht genug stark gestiegen, dass man nicht mehr Immobilien nachfragen würde. Auf dieser Seite ist auch noch Zuwanderung hoch. Das Angebot ist hingegen nicht grösser geworden, sondern eher kleiner. Die Leerstandsziffer hat er noch abgenommen. Es hat noch weniger Wohnungen auf dem Markt und Häuser auf dem Markt. Und die Baubewilligung hat auch sehr stark abgenommen. Wirklich eine Frage von Nachfrage immer noch hoch. Die Angebote sind zurückgegangen, deshalb sind die Preise nicht zurückgegangen. Auf der anderen Seite sind aber die Preise der Immobilienanlagen seit Anfang Jahren stark zurückgekommen. Wir sehen, dass die Preise der Immobilienfonds in unserem Depot sich anders entwickeln als die Preise der Immobilien selber. Wie erklärst du dir das? Auf den ersten Blick ist das tatsächlich nicht einleuchtend. Das hängt am sogenannten AGO. Das ist ein Aufpreis, den man bereit ist zu zahlen auf diesen Immobilienfonds. Warum sollte man bereit sein, etwas mehr zu zahlen, als was drinnen ist? Einerseits geht man davon aus, dass die Immobilien weiter steigen werden. Also zahle ich mehr, weil ich da irgendwann mehr habe. Und das Zweite ist eine gewisse Überrendite gegenüber Obligationen. Also so ein Immobilienportfeuil wirft Mietzins-Einnahmen ab. Und ich habe schlussendlich eine höhere Ausschüttung immer laufend. Als ich das bei Obligationen habe, zahle ich auch etwas mehr. Und beides ist zurückgegangen. Die Differenz zwischen Obligationen und Immobilienfondsrenditen ist kleiner geworden. Und man geht auch davon aus, dass die Immobilienpreise nicht mehr so stark werden. Ich sage nicht fallen, aber nicht mehr so stark steigen. Also darum ist das AGO zurückgekommen. Und dementsprechend nicht der Inhalt des Fonds, der günstiger geworden ist, sondern eigentlich das AGO. Jetzt hat auch die Postfinanzia ein paar Veränderungen vorgenommen in dem Vermögensverwaltungsmandat. Wir sehen die Anpassungen auf der eingeblendeten Folie. Willst du auch zu diesen noch kurz etwas sagen, was die Gründe waren? Wir haben zwei Anpassungen vorgenommen. Das eine ist, dass wir bei den Obligationen dazu gekauft haben. Also wir haben das Untergewicht reduziert. Wir bleiben in einem Untergewicht. Und wir haben das reduziert. Das ist auch aufgrund der eingangs erwähnten schlechteren Konjunkturaussichten. Also wir gehen davon aus, dass ein Konjunkturenteil an die Inflationsbekämpfung beitragen wird. Und dementsprechend umso mehr Zinserhöhung. Also haben wir das gemacht. Das Zweite ist, dass wir die Immobilien aufstocken. Auch dort zwei Gründe. Erst ist eine kurzfristige Opportunität. Wir glauben, dass AGO stark zurückgekommen ist. Und wir sehen hier gewisse Gegenbewegungen. Und auf dieser Seite werden Immobilienanlagen änder besser performen als Obligationen und Aktien. Und darum machen wir eine Erhöhung in der Immobilienquote. Dann noch eine kurze Abschlussfrage. Wir wissen, weitere Zinsentscheiden von der Schweizer Nationalbank stehen bevor. Was hast du da für eine Einschätzung? Die Nationalbank wird am 22.09. zwischen 0,25 und 0,05 erhöhen. Und wenn ich die entscheiden darf, würde ich auf 0,05 erhöhen. Weil schlussendlich ist unsere Inflation noch nicht auf dem Höhepunkt. Und darum wird es aus unserer Sicht nötig sein, 0,05 zu erhöhen. Danke vielmals für die Einschätzung. Ja, wenn auch ihr Fragen habt, direkt an unser CIO, dann wendet euch an die eingeblendete Adresse. Ihr dürft ihm gerne Fragen zu den aktuellen Finanzmärkten stellen. Und mit dem verabschiede ich mich auch schon von euch. Bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick. Klingel 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 Klingel